Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Ah, was für ein nettes Weihnachtslied, was sich dann hinter dem neuesten Türchen des Adventskalenders der Voice Academy verborgen hat. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Ja, wer kennt dieses Weihnachtslied nicht? Obwohl, also ich glaube noch nicht mal, dass ihr so richtig auf den Text geguckt habt. Nämlich, da schreibt und singt eigentlich jemand, der sich sehr viel wünscht. Eigentlich unverschämt viel wünscht. Also dieser Wunschzettel von diesem Menschen, der ist ja so lang. Bring uns lieber Weihnachtsmann, bring auch Morgenbringe, einen Stall mit viel Getier, Zottelbär und Patentier. Ross und Esel, Scharf und Stier, lauter schöne Dinge. Tja, also ich meine, das ist ja wirklich unverschämt viel, oder? Ich meine, heute wäre das ja kein Zottelbär mehr, aber ich meine, es wäre so ein iPad noch und noch ein Handy oben drauf oder so und noch ein Gutschein von Douglas oder so. Aber das ist doch einfach zu viel. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass es wirklich das Glück bringt, nach dem wir alle suchen. Nein, ich glaube, es sind eher die kleinen Dinge, die andere erfreuen und die einen selber ja auch erfreuen. Manchmal ist es eben nur eine kleine Trommel, die erfreut. Und seit das Jesuskind solcher gelacht hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum So to our living bar, ra-pa-pum-pum When we come